Oh, das geht Gersh dann jetzt. Timersh. Pudding der Überlebenden. Ach, das hatten wir doch schon mal so Hunger hatten, weißt du noch? Jetzt kriegen wir bestimmt wieder die Gifttante oder so. Oh, wir nehmen den Pudding und bieten denen den Killer an. Vielleicht lässt er mich damit es öffnen. Danach kann er mich ja erhängen. Nach dem Öffnen oder was? Ja. Aber du musst die aufmachen, kein anderer oder wie? Ja, ich muss die aufmachen. Ach die Scheiße. Das heißt, wenn ein Tor offen ist, musst du zur anderen Seite auf jeden Fall laufen. Schon wieder Schrottplatz. Oh, da finde ich doch die Scheißdinger nicht. Ich bin wieder alleine. Oh, er steht da. Oh, er steht da. Nein, da ist einer. Ich lauf mit dir mit, Mädel. Ich folge dir. Das ist ein Generator. Ah, das ist gut. Ich bin in einer Hütte des Dings gelandet. Ich bin auch alleine. Ich bin in der Hütte des Killers gelandet. Oh, oh, oh. Scheiße. Und die ist auch noch hier in der Nähe. In der Hütte des Killers ist ein Generator. Oh, oh. Schlenk die ab. Scheiße. Oh, ich komme in eure Richtung. Der Häschen-Killer hier. Der welcher? Der Häschen-Killer. Der Häschen-Killer. Ach, der Häschen-Killer oder was? Der ist aber so nett. Ja, es ist bestimmt nicht der gleiche. Ich hänge hier in der Nähe von der Hütte. Der rennt jetzt immer in die andere. Ah, der rennt zu euch. Zu einem von euch. Pass auf. Ist es die Hütte vom Killers? Pass auf, pass auf. Er hat mich gesehen, ey. Ja, geil. Ich sag die ganze Zeit, pass auf. Mann, ich weiß es doch. Aber ich hab mich versteckt. Aber der hat das gesehen. Ja. Aber nicht, dass du versteckt warst. Der hat dich nur gesehen, weil du... Nein, der hat mich da hinlaufen sehen. Keine Ahnung. Äh, jetzt rennt sie zu dem Gegenüberliebenden. Zu der anderen, die mit mir war. Scheiße. Ja. Fuck, 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 fuck. Pull mich nicht runter. Pull mich nicht runter. Ey, die reagiert auch noch drauf. Pull mich nicht runter. Blöde Kuh! Die hier Hütte. Ich bin noch bei euch. Ja, ja. Der ist bei mir. Bei dir nicht. Jetzt, der ist bei mir. Hol die Dings, hol Silke runter. Aber ich bin gleich zur Hälfte, ja. Hol sie runter. Die, 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 die andere, die andere hat er. Also du kannst Silke runter holen. Wo bist du? Ich hab gleich einen Generator. Achso, ja, gut. Dann sind wir alle tot gleich. Dann sind wir alle tot. Ne, ne, sind wir alle tot. Ja, wir sind zu dritt jetzt aufgehangen. Ja, wenn sie kämpft, krieg ich's nur. Ich kämpfe, aber ich weiß nicht, wie gut das geht, weil du weißt, dass mein Finger tierisch wehtut. Also ich weiß nicht, wer von euch wo aufgehangen ist. Ähm, wenn du das bist, von dir aus rechts bin ich. Wobei er jetzt gleich auch nicht kämpft hat. Achso, ich muss auch kämpfen jetzt. Mann, ey. Er ist auch da. Das ist wirklich eine schnelle Runde. Ja, der macht einen One-Hit. Das hat mich auch One-Hit-tet, der Typ. Ich hoffe nicht weg. Komm, der muss auch gnädig sein und ist gelindert. Nee, das ist ein Arsch-Killer. Nein, du, kein Arsch, der macht nur das, was ein Killer halt macht. Ich hab mich gleich gewehrt. Ja, ich bin gleich weg. Ich auch. Was? Den sucht der denn? Der hat doch schon alle Aufgaben. Ach nee, du bist ja noch nicht. Die andere ist auch tot, aber tot. Du auch, ne? Ja, er kommt so in deine Richtung, aber... Ja, ich bin auch tot. Noch einen kurzen Wald habe ich gehabt. What the fuck? Wo ist sie hin? Ich bin ja irgendwie entkommen. Ich bin ja hier hinter. Hast du ihn doch noch gekriegt? Ja. Schräg für euch rechts ist ein Generator, aber ziemlich offen. Ja, da war ich ja. Da hat er mich ja aufgehangen dann. Aber wir brauchen einen, damit einer von uns überleben kann. Ich ging mal... Wie weit hattest du denn denn? Äh, war nicht weit genug. Wo ist der? Der Typ oder was? Ja, da hinten ist ein Generator. Da, wo die Lampen sind. Guck mal geradeaus. Das ist ja ewig weit entfernt. Ja, der andere war bei uns in der Nähe, aber der war doof, weil da hing ich ja. Da wird der ja wahrscheinlich... Also, ihr seid gerade an der Palette vorbeigekommen auf der linken Seite. Ja, ja. Eine Palette Bier. Er ist da in der Nähe. Ich hörne. Ich hörne. Geradeaus rechts von dir, Schatz. Ja, ich hab mal gesehen. Den kann Nils ja eventuell. Ja, pass auf Nils. Der ist in deine Richtung. Ich weiß jetzt nicht... Rechts? Rechts war er noch? Ja, so sieht er dich. Wir haben extra... Ja, so sieht er dich auf jeden Fall. Du bist ja voll frei. Ja, ich will ihn bestimmt sagen. Ne, ne, ich bin jetzt hier beim Lars. Hä? Das ist ja gar nicht in meiner Nähe. Ja, aber der ist mal schön so vor dem... Der war der Killer ist bei mir. Achso, ja, dann hat er vielleicht nicht auf ihn geachtet. Dann hat er... Guck's aber ein bisschen zu weit nach links, oder? Rechts ist zu links. Kommt näher. Äh, das... Du bist bei mir. Hinter dir. Hinter dir. Hinter dir. Hinter dir. Hinter dir hätte ich gesehen. Nein, dann nehmen wir die Palette. Ding, Mann. Oh, oh, oh. Oh, Mann. Das ist so ein Kotzen, ey. Wieso können... Der lässt ihn liegen. Der lässt ihn liegen. Der lässt ihn liegen. Der rennt zu dir. Der rennt zu dir. Hier, mach mal das Totem. Kannst du das? Nein, ich kann mir hier eure Kassern. Aber der sieht ja auch wegen der Blutspur, sieht der ja auch, wo ich bin. Der rennt ja... Ich seh nichts. Der guckt in alle Richtungen, nur nicht da, wo der Killer ist. Wieso willst du jetzt unbedingt dahin, wo man es sieht? Was? Wo man mich sieht? Weil ich nicht da liegen bleiben wollte, wo der Killer weiß, dass ich da liege. Die ist direkt bei uns. Bei dir und Papa alles? Ja. Okay. Das ist gut. Guckt sich gerade an, ob er sich jetzt erholt. Jetzt nimmt sie mit, jetzt nimmt sie mit. Er bügelt nicht. Ja, ist aber auch direkt im Haken. Er hat ihn aufgehackt. Er ist uns denn tot? Ja, weil ich schon... Die geht zu dem ersten Generator, wo ihr gewesen seid. Wenn sie das auch schon preferiert sind... Naja, hab schon. Hab schon, du musst das mit dem Tekken zurück. Du musst das mit dem Tekken zurückkommen? Ah schon. ist durch ist durch er kommt er kommt hat er einen dusel das gibt es nicht direkt nach dem vierten versuch der falltür das war nicht die aufgabe ich will dann kommen